Easy, erster down. Ich bin runtergelaufen. Nein! Wow, ich hab den sogar weggeroddet. Oh mein Gott. Die können aber nix. Wer hat von euch Bo, wer hat von euch Bo, wo ist das Gold? Wir haben 3 Gold. Ja, dann gib, gib ich. Ich hab dann 4. Okay, baut dann Weg breit. Dann kann ich mit Bo hoch. Soll ich unten durchziehen, die haben oben? Ich mach schon unten. Aber oben können wir noch relativ easy holen. Geht hoch, geht hoch und baut Weg safe. Das Ding ist halt, die können das bisher nur mit Dings machen. Ich bin unten bei denen, ich bin unten bei denen. Scheiße, ich bin down die am Bo Base gehabt. Soll ich unten probieren. Wir können jetzt unten pushen, dann geht der Bo nicht hoch. Dann kann unser Bo hoch. Achso, okay. Der eine von denen baut uns der Weg ab. Ja, scheiße. Ja, dann lass ihn den Weg sprieven. Der ist, den müsstest du noch kriegen, oder? Boah, Alter. Ja, der Bo von denen geht hoch, ne? Ja, dann können wir aber unten. Dann können wir aber unten. Dann können wir aber unten. Fang dann an, einen 2-3 zu bauen. Es war richtig dumm von dem, dass der Bo weggegangen ist. Oh mein Gott, war das dumm. Nein! Ich hab so des Todes gefehlt. Wenn du den jetzt bekommst, ne? Mein Gott, ich hatte ihn down. Hätte ich Knockback-Stick gehabt, er wäre so down gewesen, ne? Ich hätte auch Bett gehabt, und so weiter. Es war frei. Ach Gott. Alle, als ob ich jetzt keine Pickel mitgenommen hab. Du schon beim Bett warst. Warte da, warte da, warte da. Ja, jetzt fangen sie halt an den OP wegzuziehen. Jetzt wird's halt kritisch. Wir müssen jetzt einmal noch schnell unten pushen. Ja, die haben jetzt gleich Bow Base. Achtung Leute, einer muss auf MLG aufpassen. MLG, 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 MLG! MLG! Ja, er hat aber nichts. Doch, er hat sogar ein Schwert. Hast du ne Pickelkotti? Ja, ich hab eine. Okay, aber warte ich nicht. Ich geh als erstes drauf. Du gehst aufs Bett. Der Bo kann nix. Mach, geh drauf. Warte, warte auf mich. Ich bin da, ich bin da. Warte. 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 Oh, alles klar. Nice. Nice one. So gehört es sich. Ich hab drei Stück. Dann nur auf der Oben Bow. Alter, ich hab mir so liegen zu holen. Junge, ich hab ihm solch anletzten Hits gegeben. Ja, na, ich würd mal sagen. Mitte safe, alle safe. Okay, die wollen nochmal. Äh, spammt nicht. Spammt nicht. Spammt gerade gar keinen. Doch nicht. Hä? Party? Achso. Ich hab halt niemals genug Blöcke, um da hochzukommen. Ein Hit. Ich hol mir Co. Ja, ich hab gar keinen. So, zum Tauers, der ist ja gut zum Tauern. Ja, ich hab trotzdem nicht genug Blöcke. Ich brauch Blocks. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Der ist da oben. Ja, ist auch eigentlich das einzige logische. Ich bin ja in deren Welt. Wir stayen halt gerade zu zweit. Ich hab ihn einmal getroffen. Ich hab ihn vorhin auch schon getroffen, aber es bringt halt nicht so viel. Oh, ich hab mich selbst gefehlt. Ich hab ihn noch mal, Dennis. Spam, Spam, Spam. Kann halt nicht. Warte, ich fang einfach an von dir zu bauen. Ja, ja. Achtung, Achtung, er schießt. Hab ihn einmal getroffen. Ja, mich auch einmal. Uah. Sees Becken wahrscheinlich. Er hat den ich nicht gesehen. Ah, uah. Als ob ich nur noch zwei Herzen hab, Alter. Hast du Essen? Das ist okay, Dennis, das ist okay. Ich komm auch mit Baum. Ich hab eigentlich schon einen oben. Ja, ist egal. Können wir ihn zu zweit spammen. Hatten, konnten wir eben bis eben auch schon. Nein, ich spamm ihn, dann kann ich den Weg zurück. Ich treff einmal nicht. Ich hab ein fucking Herz. Ich hab ein fucking Herz. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hm, am Arsch. Hab ihn nochmal. Töte ihn, töte ihn. Ach, gut. Ich schreibe es lieber mal nicht sehr zu.